Wir arbeiten ständig daran, unser Online-Banking besser zu machen, damit Sie es einfacher und bequemer nutzen können. Deshalb haben wir dem Online-Banking ein Update gegeben. Es ist nun noch leichter zu bedienen. Wie gewohnt gelangen Sie über sozialbank.de zu Ihrem Konto, in das Sie sich per Fototan einloggen. Die neue Benutzeroberfläche des Online-Bankings ist übersichtlicher und aufgeräumter als zuvor. Und noch einen Vorteil bringt das Update. Ab sofort haben Sie nämlich die Möglichkeit, Ihre persönliche Startseite, das sogenannte Dashboard, selbst zu gestalten. Sie legen fest, welche Funktionen und Informationen hier sichtbar sind. Schieben Sie sich einfach die Funktionen, die Sie am häufigsten nutzen, auf Ihr Dashboard. Sie können auch Favoriten festlegen, wie Kontoauszüge, Überweisungen oder Lastschriften. Mit Filterfunktionen und Co. ist es darüber hinaus möglich, weitere Bereiche des Online-Bankings an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Außerdem ist unser Online-Banking nun schlauer. Zahlungsmasken werden zum Beispiel automatisch anhand vorhandener Werte ausgefüllt. Dabei bleiben wir natürlich stets unseren hohen Sicherheitsstandards treu. Ganz gleich von wo Sie sich einloggen. Ihre Daten sind geschützt. Hier noch einmal alle Vorteile des neuen Online-Bankings im Überblick. Überall zugänglich. Individualisierbares Dashboard. Intuitive Bedienung. Hohe Sicherheitsstandards. Schauen Sie sich auch unsere weiteren Videos an, um tiefer in die Nutzung des neuen Online-Bankings einzusteigen. Dort erklären wir Ihnen alle Funktionen anschaulich und im Detail.